Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ElishaSydlarry2. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr fragt euch, warum ich wieder so aussehe, wie ich jetzt aussehe. Das liegt einfach daran. Ich habe ja hier aufgehört, aber wir hatten da schon diese blonde Haare. Und danach konnte ich hier nichts mehr machen. Ich konnte mit ihm reden und der wollte uns einfach nicht reinlassen. Für Leute wie sie haben wir keinen Platz hier, so in der Richtung halt. Das heißt, das war eine Sackgasse, da konnten wir nichts machen und wir brauchen hier anscheinend was. Deswegen habe ich hier nochmal neu geladen und das ganze Ding nochmal neu gemacht. Also, beziehungsweise, was heißt neu gemacht? Also, die erste Szene haben wir quasi rum. Ich habe auch schon mal ein bisschen nachgeschaut, was wir hier alles machen müssen. Weil, ganz ehrlich gesagt, diese Ladezene kann man es nicht sagen. Diese Szene zwischen den einzelnen Schauplätzen, die dauert so lang und ist so... Ah, ich weiß nicht. Ne. So, jetzt reden wir erstmal mit ihm. Deswegen habe ich mal nachgeschaut, aber nur dieses kleine Strecke bis zur KGB-Sache. Und im Großen und Ganzen war auch gut, dass ich da nachgeschaut habe. Eine Sache hätte ich nämlich hundertprozentig nie gefunden gehabt. Und wie gesagt, ich habe noch bis zur KGB-Sache gesagt gehabt. Und im Großen und Ganzen war es tatsächlich so, wie ich gesagt habe, wie wir es machen müssen. Es hat nur ein paar... Eine Sache gewesen, wo ich nie im Leben hätte finden können. Ne, zwei Sachen waren es, glaube ich. Zwei Sachen. Aber gut, fangen wir erstmal von vorne an. Oh, excuse me, Sir, you say hastily. I was wondering if I might get a bit bite to eat. The mitreder slowly diverts his gaze toward you. Your name, please? He asks. My name is Larry. Larry Lava. Well, I suppose I could try to find a place for you on our busy schedule. He replies disdainfully. Just have a seat there in the chair while I prepare a table for you. Na gut, dann setz man sie hin. Why, Mr. and Mrs. Rich, says the mitreder. What a pleasure to see you again. Of course, I have a table for you. Please walk this way. Well, that was certainly rude. You were here before them. You feel yourself become hurt to bed. Why, Mr. and Mrs. Famous, says the mitreder. I hope you find this sexy virtually. So yeah, grovel is the mitreder, with the palm extended. Why, Mr. and Mrs. Famous, says the mitreder. What a pleasure to see you again. And of course, I have a table for you. Ich denke, alle Tische werden nachher besetzt sein, während wir hier warten. Please walk this way. Well, that was grossly rude. You, ja, dasselbe nochmal. Kennt man schon. Ich denke, alle Tische werden hier bald besetzt sein. Und ich finde, irgendwie sehen die Gäste hier gerade ziemlich gleich aus. Naja. Angriff der Klonkrieger. I hope you find this satisfactory. Sir, grovel is the matreder. This is palm extended. Kennen wir auch schon. Die sind wirklich alle gleich aus. Ja, fast gleich. Ich glaube, ein ganz kleines bisschen Unterschiede gibt es, aber nicht viel. Naja. Und vor allem, alle haben auch die gleichen Kleider an. Why, Mr. and Mrs. Gates, share my Twitter. What a pleasure to see you again. Of course, we have a table for you. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Ja, dieser Teil. Dieser Teil ist, glaube ich, irgendwie. Ja, ich weiß nicht so recht. Da muss man ziemlich viel warten und ziemlich viel wird gezogen hier in diesem Teil ab der Insel. Das gefällt mir nicht so richtig. Da haben wir die Mr. und Mrs. Leash. Wie gesagt, ich kann im Moment, kann ich was machen? Oh, ich kann sogar was machen. Oh, shit. Ich wüsste aber nicht was. Ich könnte vielleicht aufstehen, aber... Ich glaube, wir müssen warten. Ich könnte aufstehen und warten, aber... Naja. Ich weiß nicht. Müssen wir was machen? Müssen wir nichts machen? Ich weiß es nicht. Da haben wir Mr. und Mrs. Williams. Die sind alle gleich aus und die sitzen sogar genau auf derselben, äh, ja. All right, Sir, Sir, Machu des Eisbergrundelie, I'll show you your table now. Oh, no, that there are no tables left. Please walk this way. You think to yourself, if I walk that way, I use tolcum powder. Oh, boy, says the Machu des Sharplings, she sends. Please set up a table for Mr. Leaver. Uh, okay. Be seated, Mr. Leaver, says the Machu des Eisbergrundelie, as he escapes to the kitchen. Feel free to help yourself at the hour, a page bar, and, oh, yes, almost forgot. Have a nice day. Choice location, Larry. There are people sitting on the tables. Ja, klasse. Dann setzen wir uns mal, hätte ich gesagt. Your table comes from arrived with food attached. Look food. Sollen wir das essen? Ich weiß es nicht, ich trau dem hier nicht. Einer der habe ich noch, als wir da noch was getrunken haben an der Bar, und auf einmal sind wir auch umgekommen. Ich probiere es trotzdem mal aus, aber ich speichere mal. Once you tasted this, you wouldn't do that anymore. Once you tasted this, you wouldn't do that anymore. You reach over the table and grab a handful of oyster crackers, popping them into your mouth. You'd love these things. Eber signs you are a kid. Ich weiß nicht, ich glaube, das sollte mir tatsächlich lieber lassen. So, was haben wir denn noch alles hier? Hier haben wir das Buffet. Wow. Äh, wow, look. There's a knife lying next to the cheese plate. Take. Da haben wir es auch. Das ist wahrscheinlich das Ding hier. Take knife. The matruder did say, did say to help yourself to the buffet, but this is razor borderline behavior, Larry. Oh, okay. Here's the runplay, slip the slicer from the serving surface and sequester it in your suite. Ah, nee, das Ding ist immer noch da. So. Sonst noch irgendwas? Ja, okay. Dann gehen wir wohl mal wieder. Und hier mache ich einfach mal die Geschwindigkeit von unserem guten Larry nach oben. Weil das dauert jetzt immer da so ewig lange. Deswegen habe ich auch nachgeschaut, weil das so ewig lang dauert. Dann hast du was vergessen, dann darfst du wieder, gerade wieder alles von vorne machen und hast wieder diese 5 Minuten Animation. Oder 5 Minuten Sequenz. Und, oh, das ist doch. Das ist doch kacke. Wenn ich es mal so sagen darf. Ich hoffe mal, dass es später nicht wieder so vorkommt. Oh, Moment. Aha, Hilfe. Machen wir hier ein bisschen langsamer wieder. Take. Also, erstmal lockt. Das kennen wir ja schon. Take matches. Machen wir noch mal das hier. Reden wir noch mal mit ihr. Dann schauen wir uns das hier um. Ja, und jetzt muss ich mal, äh. Äh. Wall? Nein. Da haben wir nämlich auch noch was, das wir vergessen haben. Shelf. Wie heißt denn das nochmal? Wie könnte man das nochmals nennen? Die Ablage. Ah, im Walmart habe ich es noch gewusst gehabt. Ich würde nämlich gerne wissen. Mir fällt es noch nicht mal mehr im Deutschen ein. Ha, toll, oder? Shelf vielleicht? Nee, das hatten wir auch gerade schon. Ach je, nee. Wie gesagt, mir fällt es noch nicht mal mehr. Lookbar, das heißt ja auch Theke. Counter. Das habe ich gesucht gehabt. Look. Counter. There is nothing left on the nightstand, but a lamp, which you don't need. Das war aber auch nicht das, was ich meinte. Auf jeden Fall, hier gibt es nämlich auch, nämlich Seife, 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 Seife gibt es nämlich nie, die wir auch noch nehmen müssen. Aber wie kommt man drauf, dass hier Seife, wahrscheinlich das hier, wie kommt man drauf, dass da noch Seife ist? Ich finde hier auch nichts. So, das war's von hier aus. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man drauf gekommen ist, dass das hier Seife ist. Ich meine, man hätte sich denken können, dass es im Hotel so Seife gibt, aber ganz ehrlich gesagt, ich wäre jetzt nicht drauf gekommen. Da gibt es keine Hilfestellung, kein, da, wie bei dem Nachttisch, dass da Dings drauf liegen. Wie heißt, die Matches, die Streichhölzer. Da muss man erst mal drauf kommen. Also, gerade dieser Teil gefällt mir, gerade dieser Teil auf der Insel hier, gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. So, jetzt können wir auch das hier machen. Kennen wir ja schon. Also, bis dahin war eigentlich alles richtig in Ordnung und überhaupt keine Probleme, überhaupt nichts, kein, äh, alles total toll. Aber, hm, aber gerade hier finde ich es doch ein bisschen, bisschen heavy. So, und jetzt geht's hier wieder raus. Jetzt haben wir wieder diese lange Zähne. Ich glaube, jetzt ist schon die erste Zähne, wo es ein bisschen verkürzt wird. Aber dauert immer noch ziemlich lang. Aber gut, was soll's. Im großen Ganzen sind wir jetzt da, wo wir vorher gewesen sind. Nur, dass wir kein Messer gehabt haben. Kein Messer gehabt haben und auch nicht die Seife. Die Seife, da wären wir jederzeit dran gekommen. Aber, naja. So. Und, was fällt euch auf hier? Liegen sie ein bisschen andersrum. Man sieht es nur ganz nackige Leute hier. Ich hoffe, ich muss nichts sensieren, aber ich glaube, bei den Pixel-Dings muss es nichts sein. Äh. Ah, okay. Wenn man hier schaut, das habe ich nicht gesehen gehabt. Wenn man hier nochmal schaut, ganz normal sich umschaut. Say this people has no clothes on. Das hat man ja schon. Und there is a disc-cut Bikini-Bottom lying at that rock at the eastern edge of the sand. Okay, das ist ja schon gut. Das habe ich schon gar nicht gesehen gehabt mehr. Weil, woher sollst du wissen, der ist nämlich hier. Hier irgendwo. Wo liegt hier dieser Bikini-Bottom? Also der Unterteil des Bikinis. It's a little smile for you, but what the heck. So. Und es sieht genauso aus wie vorher. Man sieht nichts. Wenn man einen Look eingegeben hat, hat man es gesehen, dann kam wenigstens die Meldung, dass da was da ist. Aber vorher, naja. Das fand ich tatsächlich ein bisschen, ähm, ja. Was soll ich sagen? Nicht so toll. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder hierher gehen und wieder die lange Ladezeit haben. Ladezeit kann man es nicht sagen. Das ist ja keine Ladezeit. Diese lange Sequenz haben. Und genau, wenn wir jetzt mit ihm reden. So, und das war der Problem, warum ich hier nicht weitergekommen bin mehr. Warum das vorher eine Sackgasse war. Vielleicht wird es wieder funktioniert, wenn wir nochmal zum Barber gegangen wären. Vielleicht. Ich glaub's aber fast nicht. Ja, auch dieses Sierra-Spiel hat halt einige Sackgassen drin. So. Jetzt sollen wir den Bikini anziehen. Ach, Mist. Wir haben Bikini. Boy, do you look sweet. He he. Okay. Und jetzt brauchen wir noch, ähm, put soap in Bikini. Ja. Steck mal noch die Seife da rein. Are you sure you want to do this? Ich weiß es nicht. Okay. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Wir müssen das auch noch ausfüllen. So. Aber wir haben immer noch Körperbehaarung. Gibt's eigentlich? Session's Rue? Ja. Okay. Und da müssen wir nochmal zum Friseur gehen. Das heißt, wir gehen hier nochmal raus. Wir haben dasselbe nochmal von vorne. So ein bisschen anders, wie es aussieht. Anderer Dress halt. Und dann warten wir das ganze Ding nochmal ab und kommen wieder zum Friseur, wo wir uns wieder hinsetzen werden. Also ich hoffe, dass es so war. Is das anything you can do about my ex's body hair, you ask the barber? But of course, master, says the barber. I gotta just what you need. Just have a seat in the chair, please. Why you are today. Oh, gnarly. I got a special deal, he begins. Somehow I wonder, you will play. No, he says. This little walker really good. What are you going to do to me this time? Buddy boxing. Once again, he's got you trapped in the chair. You hope this time will turn out better. There, all is that, says the barber. Now just lay there and let it get a heart. How could I be so stupid, you think? I have wax hardening all over my naked body. In manchen Sierra-Spielen wäre das jetzt ein Game Hour. Oh, God, you cry. Was it good for you? I don't think that could be good for anybody. He answers. Well, perhaps the pain was worsted. I do like this clean-shaving look. You tell him. You are the only one, concludes the barber. Have a nice day. So, und jetzt können wir wieder gehen. Wieder die Sequenz. Und sind jetzt quasi fertig, dass wir an den KGB-Agenten vorbeikommen. So habe ich jedenfalls verstanden gehabt, weil weiter habe ich jetzt auch nicht gelesen. Das heißt, ab jetzt ist alles wieder blind. Das Spiel habe ich ja selber noch nie vorher gespielt gehabt. Ach, und dann hoffe ich mal. Mal wieder ein bisschen langsamer. So, und dann hoffe ich mal, dass wir, dass wir auch nicht mehr wie diese lange Ladezeit da, Ladezeit, so eine lange Sequenz haben, wo wir nur warten können und warten können und warten können und warten können beziehungsweise warten müssen. Na gut, schauen wir mal. Dann sagen wir mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.